Und jetzt darf ich den Michael Knot auf die Bühne bitten. Er wiederum ist der Chefredakteur vom Hanfjournal. Ihr habt das bestimmt auch schon mal in der Hand gehabt. Und wenn ich richtig unterrichtet bin, kommt immer anlässlich der Hanfparade ein extra Hanfjournal raus. Michael Knot mit ihm. Ja, there we go. Ja, wollen wir Exzessiv nicht vergessen, oder? Für Exzessiv war ich auch noch ein bisschen was. Weck an Exzessiv, Hände hoch, weck an Exzessiv. Ja, danke. Ja, ich wollte euch heute noch von einer kleinen Reise erzählen, die ich letztens gemacht habe. Zurzeit geht es ja hier in Berlin, wie der Benedikt das eben schon erwähnt hat, so ein bisschen um Coffeeshops. Ich denke allerdings, Coffeeshops, so wie in Holland, werden wir die nächsten 10 bis 15 Jahre hier wohl kaum erleben. Leider, leider. Aber, aber, ich war in Spanien und da gibt es so etwas wie Cannabis Social Clubs. Wer hat das schon mal gehört? Cannabis Social Clubs. Super Idee, das kennen nämlich noch nicht so viele, sehe ich gerade. Bei Cannabis Social Clubs geht es einfach darum, dass man Hanf gemeinschaftlich anbaut, ohne dabei den Hanf oder das Cannabis später weiter zu verkaufen, sondern dass man das für den eigenen Bedarf in einem Verein gemeinschaftlich anbaut, ohne dass Jugendliche Zugang kriegen und ohne dass damit Gewinne erwirtschaftet werden. In Spanien geht das ganz einfach. Da sind, da tun sich einfach ein paar Leute zum Club zusammen, dann werden sechs Leute im Prinzip bestimmt, oder zwölf Leute, die das Cannabis anbauen. Dann wird ein Gesamtbedarf dieser Menschen festgestellt, da sagt jeder, ich rauche ein Gramm die Woche, der andere raucht ein Gramm im Monat, der dritte raucht ein Gramm am Tag. Das wird dann zusammengerechnet und dann dürfen die das gemeinsam anbauen. Und das gibt es in Spanien mittlerweile fast in jeder Stadt. Das wissen nur die wenigsten, obwohl Cannabis da auch als Droge noch verboten ist, also als Handelsware. Aber es ist möglich und ich finde, das ist der erste Schritt, den wir unseren Politikern hier klar machen müssen, dass das zumindest hier auch möglich ist. Deswegen fünf Pflanzen für alle Cannabis Social Clubs für Deutschland. Ich denke, in so einem Cannabis Social Club sind nämlich alle Dinge gewährleistet, die man bei einer Relegalisierung ganz vorne anstellen muss. Das heißt nämlich A, der Jugendschutz gewährleistet. Ganz wichtig, ja, denn auf dem Schwarzmarkt gibt es, wie alle, die hier stehen, wissen, überhaupt keinen Jugendschutz. Denn, gucken wir mal ein paar Meter weiter im Girlie, wird da jemanden am Perso gefragt, wenn er sein Pies kauft? Da wird sich ja keiner noch am Perso gefragt. So, zweites Ding. Wir kennen alle das Problem mit dem gestreckten Gras. In einem Cannabis Social Club wird es kein gestrecktes Gras geben. Sogar noch viel weniger als, wir wissen ja, selbst in Coffeeshops gibt es schon gestrecktes Gras, weil dort viel, viel Geld mit Gras verdient wird. In einem Cannabis Social Club wird einfach kein Geld mit dem Gras verdient. Und damit ist die Intention, oder dadurch möchte einfach keiner mehr das Gras strecken, weil es lohnt sich nicht mehr. Das heißt, Cannabis Social Club wird eigentlich die Lösung, die uns einer Relegalisierung am allernächsten bringen. Und deswegen ist mein Appell heute an euch, spreadet diese Idee der Cannabis Social Club auf Facebook, auf Twitter, sonst wo, bei euren Freunden, bei Oma, bei Opa, bei allen, zu denen ihr Kontakt habt. Erzählt ihnen, dass Cannabis Social Club für uns die Lösung ist, dass wir gemeinschaftlich und zusammen und vor allen Dingen gefahrenfrei Hand anbauen können, und Cannabis anbauen können und so auch endlich in Frieden kiffen, ohne uns dabei dumm zu rauben. Immer ganz wichtig. So, ich denke, mein Appell heute ist angekommen. Ich finde es richtig geil heute, dass so viele Leute gekommen sind. Noch mal ein großes Pick-up an euch, dass heute wirklich so viele gekommen sind. Ohne euch wäre das gar nicht möglich, alles. Und das ist auch ein bisschen die Belohnung für unsere Arbeit, die wir das ganze Jahr machen. Und deswegen noch mal vielen Dank an die vielen netten Grüße, die ich hier erhalten habe. Ich wünsche euch auch eine sehr chillige Handenparade und viel Spaß noch. Ja, liege leise. Dein Applaus, Michael. Dein Applaus, Michael. Untertitelung des ZDF, 2020